servus bei der infected ja und hallo winter da ist ja auch schon wir werden uns gleich einmal mit einer winterkleidung ausrüsten hallo aber jetzt und zwar damit uns nicht allzu gut wird ja bis zum winter sind doch einige tage vergangen und ich war währenddessen ein bisschen fleißig beim bauen wie man sieht ich habe jetzt diese komischen regale gebaut auch wenn sie unheimlich viel gekostet haben und habe da meine ganzen sachen reingetan also alu ich habe da wirklich geschlecht hat mir dann noch ein paar kistchen gebaut für stäne und habe auch hier wunderbar zusammen geräumt jetzt sieht man seine tierprodukte bordele alles drin an treibstoff pflanzenfasern extra kochutensilien konserven saatgut das muss ich noch machen deshalb ist dann komplett so da machen wir wieder high 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 apply und ok ist wohl jetzt aber da kurz damit die probes absehen können wo sie da eigentlich an gericht habe ja also wie man sieht hier ein bisschen den patscher tisch ab jetzt dann daher gestellt weil er dort kann bloß mehr kopf hat ich glaube uns ist ein bisschen warm was man hier noch sieht wunderbar ich habe alles ausgebaut die decke konnte man zwar mit zement machen hat man nicht einmal viel zement braucht die wände sind fertig und die türen sind jetzt solche türen so ab nach draußen zum minus fünf grad machen mal zu hat sich nicht viel verändert außer dass die jetzt dann das sind das stahlzäune und wir haben die können mächtigste dann haben wir noch hier jetzt egal für barren und habe ich schon einige bahn aufgestellt also einiges gemacht ein bisschen was geschmolzen denn ich habe ein paar extraktoren aufgestellt in den minen und weiß dann unterwegs und habe die minen ist es und schlecht zugleich wir können wirklich offen sie gehen ist das cool ja und eine sache das konnte ich jetzt leider nicht her zeigen ich habe ein bisschen randaliert und habe mir einen kleinen holz vorrat angelegt der jetzt eigentlich hier sollte alles gerodet sein und wie man sieht hier das ist alles holz was ich gerodet habe also der holz vorrat ist da leider auch nach den laden alle bäume muss dazu sagen ich habe damit ich nicht so viel stamina verliere im gottmode gespielt damit er nicht immer ist immer essen muss und ja heute ist noch ein besonderer tag denn heute ist tag 54 das heißt heute greifen die waren bis wieder an aber was wir noch haben stahl spitzen also äußern spitzen stahl spitzen ich konnte ich glaube ich glaube ganz vergiss das auto habe ich ein bisschen angefühlt wie man hier so wunderbar sieht mit kisten das war gar nicht so leicht also für alle die das spiel auch spielen ich weiß nicht warum sieben kisten waren eher kein problem ich musste die ersten sechs kisten draufsetzen dazu darf man die vierte da hinten die vierte reihe nicht machen man muss wirklich aufs auto drauf springen ich hätte auch so aufs auto drauf springen können dankeschön jetzt kommt drauf und die kiste ließe mich nur so setzen keine ahnung warum so was haben wir hier noch einiges anärzen natürlich sind wir jetzt komplett überladen ich habe ein bisschen die minen ausgeräumt bin da andauernd durch die minen gefahren und habe geholt 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 jetzt habe ich nur eine frage wenn ich da immer klar ich gehe einer und bin gleich bei 23 grad na 4,7 na doch 23 muss ich mir da jetzt jedes mal die jacken ausziehen wenn ich da was machen will so was haben wir hier nichts wir haben nicht einmal was zuschmelzen eine da ups sowas aber also dies waren jetzt so ziemlich die größten neuerungen hier lehm zement deshalb ist dann alles extra gemacht die ich weiß ja noch nicht für wo sie die machen soll ich habe noch echt keinen plan ja dorst ach es war eine ziemliche rennerei ich bin ziemlich hin und her gelaufen wirklich tag und nacht im gottmode braucht man ja weder essen noch trinken das war ein entscheidender vorteil so ich habe nichts keine konserven nichts das heißt ich werde mir noch was schönes dann machen das machen wir nachdem dies weg geschmutzten ist das machen wir nachdem dies weg geschmutzten ist ja genau der ist schon wieder warm das freut mich unheimlich verliere ich energie wenn mir warm ist ernsthaft okay das ist nicht so prickelnd und draußen ist mir dann geholt und bin ja wieder überladen liegt das an der kleidung oder ich glaube wenn wir noch die bahn haben da darf ich einfach nur nicht zu nah am feuer sein ich verstehe es nicht schön ist die landschaft ich habe sie selber noch nicht gesehen bei mir hat es gerade erst angefangen zu schneien und habe mir gedacht ja winter ist da und schön eigentlich wirklich wirklich schön gefällt mir extrem gut ich habe eigentlich nur die konserven und dosen habe ich nicht drinnen was haben wir gebraucht eine wassermelone und eine melone glaube ich ich mache die tür wieder zu sicher zahlber dann haben wir eine konserve gebracht so split waren das nehmen wir mit so das war der moment 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 aber haben wir noch braucht die mussten wir noch das finde ich teilweise ein bisschen anstrengend so aber jetzt haben wir es warte mal kann ich nicht jetzt dann zwei sachen machen zwei dosen moment einmal zweimal und eine konservendose oh ja doch split one na bleib rüber dann nehmen wir auch gleich eine mit ja und heute ist wieder mal die die nacht der nächte glaube ich wo wieder wann bis angreifen der letzte angriff war ja schon mit zwölf stück die sich schon mal eine ansage so wir haben jetzt eh hunger essen wir das einmal und dann essen wir gleich so eins das schaut schon prickelnd aus oh oh okay ich muss ehrlich sagen dafür könnte ich mich begeistern und werde gleich noch eine Partie machen oder ja das tut den Haushalt eigentlich komplett offen egal ob es jetzt Obst oder Gemüse ist schön so wie schaut es aus da muss ich wieder das machen gell es gibt die frame rate schon einiges darum da muss man dazu sagen und dabei ist es nicht einmal großes haus also wie ist es dann wirklich wenn man riesiges haus auf zwei brauche ich so dann machen wir sie gleich wieder in reserve einen kann ich noch nicht kraften weil ich brauche noch dosen kraft und dann nehmen wir das auch gleich also dieser leist der grund nur wegen dem bin erst vegetarier ist ganz ehrlich ich werde mich in diesem spiel nur mehr vegetarisch ernähren wie lange halten zwar nicht überhaupt 18 stunden da sollte man aufpassen dass man nicht zu viel machen so was haben wir da da sind wir fertig da können wir gleich die nächste partie erschmerzen sehr schön da kommt der richtig schmackes rein und die kühlschränke die hängen auch schon dran nur mit denen habe ich ein gräberes problem ich weiß nicht wie man sie einschaltet ich kann es ehrlich ist der ist dann ausgeschalten wenn ich ihn aufmacht also aus na es ist alles gespoilt lecker ich habe keine ahnung wie man den einschaltet ehrlich eine ahnung so jetzt haben wir noch einiges einmal eine kobalt die noch schmelzen ja also eigentlich war da schon darüber sieht man sogar noch was da habe ich das weg geschnatzt aber da war viel mehr weg ich habe da drüben sind das glaube ich auch noch hallo lass mich mal nach draußen da unten da sieht man es gut da habe ich einiges weg radiert ach da liegt nur so lange der liegt wenn er darauf kommen interessanter pack solange ein tochter wambi liegt brauchen keine neuen auf das heißt solange ich ihn nicht haarfeste doch doch kein neuer wambi auf gut zu wissen oder wie schaut es eigentlich damit mein kleesäule aus ich habe keinen benzin mehr drinnen das ist natürlich schlecht treffstoff split one und hopp auf das habe ich wieder weniger geachtet jetzt dann das schärfungsgerät ist natürlich ein traum muss man ehrlich dazu auch sagen wenn mit dem kann man wirklich sie ordentlich da sporen da braucht man nicht so viel da muss man nicht andauernd eine axt kraften und da ist es so es gibt gute sachen sie brauchen zwar verdammt viel zeit bis man sie endlich gebaut hat aber dann geht es erst so richtig rund so wie schaut es da aus decken wir sind schon mal überladen war klar oder hallo mein liebe steinkiste die füllen wir schon langsam mal dann haben wir die eisnerze wir haben eindeutig zu viele eisnerze wird eigentlich die zerstörte sollen und jetzt können wir eigentlich die einräumen und könnten eigentlich dann schon wieder bald also schmelzen auch noch dazu wir zum schmelzen nicht mehr ist wirklich genug das muss ich auch dazu sagen es ist schön das finde ich wirklich schön gerade wenn zuerst draußen jetzt wie jetzt gerade war so ein bisschen schnee wobei sich und schon wiederhole im winter dann kommt endlich der sommer wieder es ist so heiß ich mag nicht ich will den sommer wieder haben die starne machen wirklich eine große menge gewicht aus dann nehmen wir das gleich einmal und hauen gleich das ganze eisen ein raus mit den kobalt viele viel zeit habe ich wirklich verbracht nebenbei mit melzen ich habe gesagt ein bis zwei folgen ich wollte mal so eine folge ich hoffe dass es einen schneesturm geben wird angeblich geht es ja angeblich wenn man zu lange hier ist also wenn man draußen ist kann irgendwann einmal ein schneesturm auftauchen und ich weiß nicht ob unsere winterkleidung einen schneesturm aushalten würde das kann ich natürlich nicht sagen wieder ein kistchen voll dieses mal so voll spannend spannend jetzt lüften mal ordentlich die hüte durch und wenn es zu heiß ist bräuchte nur in die nähe der tür gehen und dann ist es vorbei ja ja schon wieder schmelzen geht relativ schnell vonstatten jetzt dann mit den ofen ein traum würde ich nie wieder hergeben das schwöre ich mir kann da dann noch fünf weitere öfen stehen aber ich glaube das war dann noch ein bisschen too much oder ja 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 ich geh schon raus ja ich scheine wenn es zu heiß ist scheine ich wirklich energie zu fahr so leben zu verlieren das finde ich nicht so nice so das haben wir weg ich würde wirklich interessieren also pflanzen scheinen das hier überhaupt keine zu geben ich gehe mal so ein bisschen ich finde es extremst cool über den see wo sie jetzt dann nicht gesehen habe oder überhaupt nicht sehen ob irgendwelche tiere das letzte mal ein paar flieger vor mein gesicht schwirrt herum ja jetzt wird es wieder schöner hm da liegen noch baumstämme selber probiert habe ich nur die baumstämme nieder gemäht ich bin mir wieder da wahnsinn die scheinen die scheinen je nachdem wie man sie gefällt hat und geladen hat zum respawnen die bäume und kann man aber auch nicht kann man aber auch nicht einstellen soweit ich weiß ziemlich ziemlich trostlos zwar ja also die navan bis scheinen sommer nix auszumachen ich möchte jetzt eigentlich achso ich kann jetzt dann direkt in süden laufen ich brauche ja kein Wasser mehr maus werden ups ich würde gerne mal zu den und den jetzt laufen weil ich muss ehrlich sagen ich habe sonst nirgends irgendwelche kreaturen keine bären kein waschbär keine rehe nichts eigentlich keine hühner keine vögel gar nichts gesehen und das stimmt mich schon ein bisschen traurig ich meine ich bin froh dass ich meine Gewächshäuser habe also das muss man schon sagen wenn es hier nichts gibt gar nichts dann muss man sich wirklich hartkaufen winter vorbereiten eben mit flash und wir sind sehe ich da hinten ein nein nein das war nur ein vogel ich habe schon mal einen vogel gesehen ein grokorend herum ganz hinten habe ich es gesehen ich will mich jetzt mein grokko eigentlich nicht anlegen aber schau da 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 sind sie nur gleich drei stück also wenigstens ein bisschen eine quelle hätte man ja man denkt das muss ich jetzt dann schauen ich wäre es dann zutiefst enttäuscht gewesen wenn da nicht irgendwo noch irgendein Ort von kreatur herumgerinnt war hat die tiere des waldes es gibt sie doch noch ich weiß nicht ob das spiel so realistisch ist und ob es da ob die bären erst winterschlaf halten machen das eigentlich alle bären halten machen das eigentlich alle bären halten ganz ganz mal na 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 Okay Würde mich schon interessieren, ob alle Bären einen Winterschlaf halten Oder ob das nur gewisse Bären machen Also man lernt ja normalerweise, alle Bären halten Winterschlaf Punkt Uh Ich bin mir da einfach gar nicht so sicher, ob das wirklich alle Bären machen Alle Arten von Bären Aber so wie es ausschaut, unsere schon Und Rehe halten eigentlich keinen Winterschlaf Und Waschbären Sind zwar auch Bären, aber Wirklich solche Bären, die Winterschlaf halten Glaube ich eigentlich auch nicht Natürlich Energie aus Na schön, aber trafst du mich lieber, diese Landschaft Das gefällt mir extremst gut So eine schöne Winterlandschaft Das war auch schön, wie die ersten Schneeflocken waren und es angefangen hat zu schneien So genau so ausgeschaut eigentlich wie jetzt Was noch ein interessanter Punkt ist Also Man kann sozusagen Man muss ja das in Echtzeit spielen Das heißt Auch Es dürfte sich mit den Tagen wahrscheinlich etwas variieren Wenn man da ist Je nachdem wie viel man glaube ich schläft Geht man seltener schlafen Ist man im Winter schon ein paar Tage früher Geht man öfters und länger schlafen Ist man glaube ich im Winter Weil es geht ja nach Echtzeitminuten Also Hier geht ja anscheinend alles irgendwie nach Echtzeitminuten Auch die Nahrung verdirbt Find ich Ein bisschen Entschuldigung Ein bisschen komisch Ich muss ehrlich sagen Keine Ahnung was ich mit dem anfangen soll Dass das nach Echtzeit geht Wenn man sieht Der Fisch Das dürfte aber auch noch ein Pack sein Dass der Fisch nicht verdirbt Oder hat kein Essen verdirbt Solange es drauf hängt Also auch Guter Überlebens-Tipp Solange Nicht runter nehmen Und irgendwo einlagern Sondern drauf hängen lassen Dann scheint es nicht zu verderben Weil das haben wir Ziemlich am Anfang Haben wir die aufgehängt Und Hängen halt immer noch da Dann gehen wir gleich Nochmal schön Dritten erst Kurde oder nicht Einen dritten haben wir schon Dann holen wir den einmal Machen wir den leer Und Natürlich sind wir schon wieder überladen Ja Ich muss es dann ehrlich sagen Jetzt sind wir natürlich schon auf dem Punkt Wo es nur mehr darum geht Wir können uns alles Unendlich auf Lager legen Denn theoretisch könnten wir jetzt noch eine Hütte bauen Wo man sagt So jetzt Da man noch Da man alles unterbringen Wo man noch mehr von diesen Wunderschönen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Diesen wunderschönen Talbahn Und die Minensachen Und Steine Und da könnten wir uns eigentlich Ja gerne Hütten anlegen Möglicherweise Ich habe es jetzt hier draußen gemacht Denn hier gibt es ja keine Banditen Also höchstens die Wambis Die uns da Vielleicht noch ein bisschen Probleme machen könnten Aber Ich glaube Wir könnten damit fertig werden Und ja wie gesagt Jetzt haben wir eigentlich Brauchen wir was zum tun Und ich bin gespannt Wie viel Wambis diese Nacht angreifen noch So wie schaut es denn eigentlich da aus? Was habe ich da alles? Da habe ich das ganze Aluminium Okay das ist alles schon ziemlich leer Oha Aluminium 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 Wisst ihr noch die Folgen? Wo wir Oh ich brauche noch 2, 3 Aluminium Dann hätte ich es Ich brauche noch ein Aluminium Ja Diese Zeiten sind auch schon vorbei Wir leben im Überfluss In einer recht soliden 200 heller halten die aus Die halten 200 aus Das ist nicht so viel Unterschied Ähm Oh mit Zement könnte ich auch im Boden machen Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen Aber ich muss ehrlich sagen Will ich das? Als nächstes wollte ich dann eigentlich noch ein paar Möbel bauen Aber Ich wüsste schon gar nicht mehr wohin damit Denn damit hätte ich noch ein bisschen Platz Aber das werde ich jetzt nicht mehr im Let's Play machen Ich muss ehrlich sagen Jetzt ist doch das Spiel schon ein bisschen ausgereizt Ich würde zwar Also wenn dann würde ich das Spiel noch einmal von 9 starten Jetzt wo ich alles so ziemlich rausgefunden habe Fliege sitzt auf meine Beine Äh Dann würde ich das natürlich ganz anders bauen Aber Ja Jetzt noch so viel rein investieren Wie gesagt das Spiel ist für mich schon ziemlich jetzt am Limit So Das erwarten wir auch noch Hoffentlich Hoffentlich wird uns vorher da nicht noch zu heiß Ah das geht sich aus Komm Wieder eine Partie essen Das ist sicher nicht verkehrt So Wieder nach draußen Da haben wir schon die oberen Schränke wieder auch gefüllt Das geht ja zackig Na gut Wir haben ein bisschen zusammen geräumt Ein bisschen ausgebaut Es wird noch eine Folge geben jetzt dann Und zwar werden wir noch den Wambi-Angriff Diese Nacht abwehren Ich bin schon sehr gespannt wie viele jetzt angreifen Ich glaube dann haben wir das Spiel so ziemlich ausgereizt Äh Schön Na gut Na gut Dann sehen wir uns vor dem Angriff wieder Bis dahin Vielen Dank fürs Zusehen Tschüss mit du Ciao mit dir Servus mit Fulingfau Ciao 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 Ciao